Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Sandy und heute spielen wir zum allerersten Mal Equestrian The Game. Ich freue mich so, ich habe mega krass hingefiebert, habe den Livestream geguckt auf Instagram gerade vorhin und jetzt ist es endlich soweit. Wir können spielen. Die Links zum Spiel habe ich euch sowohl für iOS als auch für Android in die Kommentare, wollte ich sagen. Nein, das ist es nicht. In die Videobeschreibung werde ich die euch packen. Müsst ihr einfach nur draufklicken und dann könnt ihr es im App Store oder im Google Play Store runterladen. Und ich habe jetzt gerade schon meinen Charakter alleine erstellt, dass wir ein bisschen auch spielen können. Und jetzt ist es soweit. Wir sind bei unserem ersten Pferd und wir können uns jetzt ein Pferd aussuchen. Ich habe noch nichts gesehen. Wir haben jetzt hier gerade das Swedish Warm Blood gesehen und ich hoffe, es funktioniert hier alles. Ich nehme mal wieder auf meinem iPad auf. Da habe ich das Spiel als allererstes bekommen. Und wir haben hier ein Swedish Warm Blood, ein Arabian Horse. Oh my God, I'm in love. Ein Welsh Cup. Ooh, a Friesian Horse. Ein Thoroughbred, also ein EVB. Oh, ein Fjordi. Und das Spiel ist im Moment noch auf Englisch. Es wird aber definitiv auch eine deutsche Version kommen. Okay, das sind im Moment alle Pferde. Wir haben das schwedische Warmblut, den Araber, Welsh Cup, Friese, EVB und den Fjordi. Hätte ich mal vergessen. Oh mein Gott, der Fjordi ist auch mega süß. Aber Leute, von heute, ich glaube, ich nehme den Araber. Aber ich liebe kleine, spritzige Pferde. Und ja, am allerliebsten mag ich Eppies, Paints und Quarter. Ihr wisst Bescheid. Aber die gibt es im Moment im Spiel noch nicht. Und deswegen nehmen wir jetzt einfach den Araber. Oh mein Gott, wir können den komplett. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich bin komplett hysterisch. Okay, wir beruhigen uns kurz und chillen einfach mal ganz kurzfristig. Wir müssen den jetzt erstellen. Oh mein Gott, es wird ewig dauern. Eine Ewigkeit später. Okay, ich habe mich jetzt schon mal dafür entschieden, dass die kleine Maus ein Light Flexin Chestnut ist. Oh mein Gott, ich konnte ihr leider kein Cream Gen geben. Das ging leider nicht. Das hätte ich gerne gemacht. Aber das funktionierte nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Als ob. Ich kann ihr quasi fast ein Bolt festgeben. Oh mein Gott, ich lieb's. Das ist mega cool. So, wir geben ihr und ein komplett gestiefeltes. Ja, ich glaube, das sieht cool aus. Ich möchte sie einfach ein bisschen bunter, die kleine Maus. Dann, was haben wir noch? Main Style. Ich kann mir aussuchen, was sie für eine Mähne hat. Als ob. Oh mein Gott, wir nehmen die, die wallende Mähne. Natürlich nehmen wir die wallende Mähne. Es ist ein bisschen viel, ne? Sie sieht jetzt aus wie, wie ein, ein Quarter Horse. Oh mein Gott, sie ist mega cool. Guckt sie euch an. So, wir geben ihr natürlich dann noch ein blaues Auge auf der Seite, wo sie weiß hat. Und dann glaube ich, dass das ganz gut passt. Sie ist im Moment 1,50. Das finde ich perfekt, ehrlich gesagt. Ich überlege gerade, ob ich sie 1,51 machen soll. Das passt, glaube ich, dann mega krass. Oh mein Gott, das ist unser erstes Pferd, Leute. Dann ist es soweit. Wir können ihr jetzt einen Namen geben. Hier kann man tatsächlich ändern, ob sie eine Stute oder ein Hengst ist. Es war automatisch auf Stute und sie ist natürlich eine Stute. Ihr kennt mich. Und ich nenne sie Amber. Denn als ich noch ganz klein war, war mein Traum, eine Stute zu bekommen, die ein Palomino ist, die Amber heißt. Und sie ist zwar kein Palomino, sie ist ein Flexen Chestnut. Aber ich hätte gesagt, close enough, mit ein bisschen Fantasie, könnte sie auch ein Palomino sein. Und wir legen los. Oh mein Gott, Lifetime Certificate. Amber, Arabian Horse, Light Flexen Chestnut, Bald Face, Mare. 1,51 ist sie groß und sie ist 2018 geboren. Mega cool. Ein paar Sekunden später. Oh, da sind wir. Good thing she didn't get injured. Let's ride the last bit back to the estate. Luckily, we've gone bareback before. Okay, also es war irgendwie so, dass sie abgehauen ist und wir sie irgendwie jetzt eingefangen haben oder so. Und jetzt müssen wir sie anscheinend zurückreiten und... Ähm, ich versuche es jetzt mal. Wir sind ein bisschen langsam, oder? Hallo? 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 Come on! Press twice signals to Amber that I want more speed. Okay, ist ja gut. Double tap. Okay. Sehr gut. Okay, jetzt machen wir Trot. Und dann haben wir die Zügel. Das ist wie bei Equestriate. Und können wir... Ja, ja, ich hab's verstanden. Hallo. Entschuldigung. Ja. Okay, man muss ein bisschen... Oh mein Gott, ist sie süß. Amber is quite energetic and will start to speed up if I let her. Let's ask her to slow down a bit. Okay, wir möchten ein bisschen langsamer. Oh mein Gott. Seht ihr übrigens, wie wunderschön sie glänzt? Come on. Let's go. Wow, wir galoppieren. Das ist mega cool. Dann müssen wir hier... Let's go faster. Okay. Wie denn? Aber hier, double tap. Double tap. Let's go. Come on. Let's go. Du bist auch so prima. Oh mein Gott, da kommt ein Hindernis. Ach, du grüne Neune. Oh oh. Oh mein goodness gracious. Oh. Was muss ich machen? Die Zügel muss ich nach oben nehmen. Okay. 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 Okay, wir müssen ein bisschen langsamer. Jetzt kommt, ähm... Jetzt kommt hier eine Brücke. Okay, wir sind... Oh. Calm horse by tapping. Ja, ist ja gut. Oh mein Gott, das ist mega cool. Aber ich hab sie eigentlich ein bisschen angehalten. Okay, wir... Wir müssen vielleicht noch ein bisschen... Ja, wir... Wir klopfen noch ein bisschen. Okay, warum werden wir jetzt wieder schneller? Wir wissen es nicht. Okay, ich stelle mich vielleicht ein bisschen an. Okay. Okay, wir traben weiter. Wir... Wir tun jetzt einfach so, als wenn es vollkommen normal wäre, was wir hier gerade gemacht haben. Okay. Okay. Also wir müssen uns definitiv noch zusammen friemeln. Und wir brauchen dringend was Neues zum Anziehen. Da wohnen wir also. Das ist ja nice. Okay, next. Uh, wir bekommen ein Geschenk. Wir bekommen 50 Coins, 1700 E-Cash, 50 Carats und noch einige andere Sachen. Lauter so hässlige rote Sachen. Jetzt hab ich mir so ein Barbie-Pferd geholt. Und wir haben nur so hässlige rote Sachen zum Anziehen. Aber wir wollen uns nicht beschweren, wir haben alles kostenlos bekommen. Okay. Let's build. Oh mein Gott, wir müssen jetzt schon was... Okay. Wir bauen... Oh, wir bauen eine Reithalle. Als ob. Das ging aber flott mit der Reithalle. Ich... Also es wäre auch in Ordnung gewesen. Click here. Where? Click here. Okay. Arabian House. Oh mein Gott, sie ist so schön. Sie ist vier Jahre alt, mein kleines Mäuschen. Okay, wir probieren jetzt irgendwas. Also fragt mich jetzt bitte nicht was. Ich nehme mal an, dass wir jetzt irgendwas gehen. Train. Maybe. Ähm. Yeah, sure. Simulate. Ähm. Was machen wir jetzt? Wir trainieren jetzt acht Stunden. Schade. Hallo? Entschuldigung? Do you want to coach this horse and complete its training? Ja, ja, ja. Möchte ich bitte machen. Ich würde jetzt gerne selber reiten, ehrlich gesagt. Aber die... Die lassen mich ja nicht. Entschuldigung. Können wir nicht bitte... Hallo? Ich bin so aufgeregt, Leute. Ich habe mich so gefreut auf das Spiel. Okay. Wir haben es geschafft. Was auch immer wir gemacht haben. Ich glaube, wir haben das vertrainiert. I think we're ready for our first competition. Ähm. Ich bin gerade angekommen. I'm sorry. Here's the lobby. Ich glaube nicht, dass ich... Ich möchte mich umziehen. Ich... Aber okay. Wir probieren's. Leute von heute, wir probieren das jetzt. Ich habe absolut keine Ahnung, was wir machen müssen. Aber ist egal. Ich meine, ist unser erstes Mal, dass wir hier irgendwas machen. Von daher... Ich möchte nicht so viel lesen. Lasst mich bitte einfach... Also vermutlich sollte man das durchlesen, ne? Grab the reins. Okay. I'm grabbing the reins and we're going. Hold for canter. Müssen wir sofort loskentern hier. This is a vertical jump. I need Amber to jump high. But not very far. I should go as slow as possible. We'll still be in a canter. Okay. Ja. Ja, 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 ja. Nicht. Nicht. War das falsch? War das falsch oder richtig? This is an oxer. Or a double jump. I need a bit more speed. Okay. We need more speed. What? Jetzt habe ich zu... Oh, jetzt habe ich vergessen, die reins loszulassen. I'm sorry, girly. Come on. What? Come on. Come on. Come on. Let's go. 2000 Jahre später. Ich werde ein bisschen brauchen, bis ich das kapiere. Switching canter leads makes turning that way easier. Aha. Okay. Wir machen jetzt auch noch ein lead change. Das war nicht gut. Also... Oh Gott, Leute. The triple bar is a slow but wide obstacle. I need more speed to clear this one. Okay. Okay. Wir brauchen ein bisschen mehr Speed. Yay. Oh mein Gott. Okay. Wir müssen einfach die reins loslassen. Bis ich gecheckt habe, dass wir die reins loslassen müssen, hatte ich irgendwie 24 Penalties. Herzlichen Glückwunsch, hätte ich da gesagt. Äh, 41 Penalties. Ja, gut. Es, ähm... Hat keiner gesagt, dass... Also, ne? Äh, ja. Kann ich mich jetzt umziehen? Äh, no. Okay. Als nächstes bauen wir ein Silo. Das geht alles mega fix hier. Ehrlich gesagt. Looks like the Silo generates a carrot for us. Das ist doch cool. Wir müssen hier klicken und hier rein. Was passiert jetzt? Gehen wir in den Stall? Guck. Yes. Da ist die kleine Maus. Oh, sie ist ganz alleine, die Arme. Wir brauchen mehr Pferde. Gerade eben das erste Mal gespielt. Wir brauchen mehr Pferde. Definitiv. Okay. Effects energy regeneration form is improved through training. Okay. Ah, die kleine Maus. Wie kann ich sie denn jetzt füttern? Let's feed Amber. Okay, hier. Und dann haben wir eine Karotte gehabt. Hoff ich. Ähm, hoff ich zumindest. Jetzt wartet mal. Ähm, ich hab jetzt mal schon wieder nicht gelesen, leider. Schade. Marmelade. Select fodder. Ähm, haben wir egal was. Okay, ich kann quasi hier. Ich muss vier Sachen nehmen, ne? Was nehmen wir denn noch? Sport. Ah, das haben wir nicht. Wir haben nur diese hier. Ja, dann nehmen wir halt einfach die. Warum nicht? Wir füttern das jetzt einfach mal. Ich hoffe, dass es passt. Ich muss mich damit natürlich noch beschäftigen. Ich spiele das Spiel zum allerersten Mal und wollte euch einfach in meiner ersten Folge unbedingt mitnehmen, dass ihr mitbekommt, wie ich einfach auf alles reagiere. Oh mein Gott, sie ist so toll. Ich kann, oh mein Gott, ich kann einfach nicht. Sie ist einfach wundervoll. Okay, ich kann sie jede halbe Stunde füttern, dass sie rund ist, dann danach wahrscheinlich rund, klein und rund. Wie ich. Okay. Oh, jetzt wird's spannend. Da ist der Shop. The store has lots of items for both me and them, but let's see if we find something. Ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, jetzt können wir quasi ein Prinzessin-Empferd aus ihr machen, oder? Oh mein Gott. Das ist mega, mega cool. Alles ob. Hier gibt's auch, ähm, Create a Horse kostet 90 Coins und die kann man quasi kaufen, ne? Die Coins kann man kaufen. Ihr seht hier die Preise. Die Karotten kann man auch kaufen. Lol. Das ist mega, mega cool. Hier haben wir einen Season Pass, der kostet 100. Ich hab nur noch 43. Das heißt, ich müsste da entweder was kaufen oder ich glaub, man kann sich das definitiv auch erspielen. Oh mein Gott. Und hier gibt's auch mega viele Klamotten. Alles ob. Oha. Ich hätte aber gesagt, das machen wir in der nächsten Folge. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Lass ja sehr gerne einen Like, einen Kommentar und ein kostenloses Abo da. Und dann hätte ich gesagt, bis zum nächsten Mal. Servus. Servus. Untertitelung des ZDF, 2020